Es ist mal wieder soweit, es ist Mahlzeit, also Mahlzeit habt ihr Appetit. Wir sind hier bei Let's Draw! Oh, André! Oh, mein Gott! Nein, wir sind entzückt! Und das wird fällig! Ja! Mein Gott! So, liebe Freunde, willkommen zu Let's Draw! Heute werden wir den Stift ausprobieren. Welche nehme ich? Welche Farbe? Ich habe Schwarz. Hier mit Buttons am Start, wie der Stefan Raab. Äh, genau. Oh, bitte nicht noch mal! Hier, Cut, Eimer. Äh... Ja! Freunde, das war letztes Mal so schlimm, aber letztes Mal hattet ihr ja auch die Aufgabe, mich als Meme zu malen. Genau, wir hatten gesagt, weil in irgendeiner Folge keine Ahnung mehr an welcher, dass ihr ein Meme von Drenkis malen sollt. Da schauen wir uns jetzt welche an. Wo tauchen die auf, Jan? Hier jetzt, oder? Ja! 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 Was sind diese Billigen Ikea-Möbel? Was sind diese Billigen Ikea-Möbel? Ja, also, Leute. Ja, also, sehr schöne Sachen dabei. Sehr gute Sachen und, äh, passendes Thema. Passendes Thema. Cengiz, Cengiz hat laut eurer Meinung, ich hab gezählt, mit einem riesigen Abstand die letzte Folge gewonnen. Das ist Fake gewesen. Ist nicht so. Ja, komisch, Cengiz. Fake! Was? Was? Ja, okay, fangen wir jetzt mal an. Dann haben wir alles dran, irgendwas vergessen. Ich glaube nicht. Okay, egal. Die Idee macht sein. Wir fangen mit der ersten Runde an. Und der gute Tim Marx. Timbaland. Seid ihr bereit? Karl Marx, oder was? Karl Marx. Tim Marx. Tim Marx, Timer is ready, sagt. Okay, los. Mal... Ozzy Osborn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! In dracke 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 dracke. 3, 2, 1, go! Was geht denn jetzt ab? Yo, ich hab das Killer, Digga, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab... 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 Schere-Schein-Fabier, bitte. Ja, los. Jetzt Spiel. So ein Wurm. Los, Jens, jetzt Spiel. Los. Ja. Oh. Oh. So ein Schwächling. Okay, Freunde. Okay. Ihr werdet sehen, ich hab gewonnen. Ich will das auch sehen. So, jetzt der erste Momentchen. Oh Pännchen. Aber... Finger weg. Hallo Techno Fair. Aber wie ihr hier seht, hier, ähm, ist da ne Fledermaus im Mund, ne? Der legendäre Moment, wo der liebe Osborn den Kopf der Fledermaus abgewissen hat. Oh. Oh. Da kennt sich einer aus. Mit Augen, Hase, äh, Hase, Mund, Haare. Okay. Sorry. Hm, Cengiz bitte? Ich hab den hier gemacht. Was ist das denn? Ne? Keine Ahnung, ich glaub das ist dieser Udo Lindenmeer. Ne, also die sehen relativ wenig aus schon. Ja, das stimmt. Die Sonnenbrille, ne? Kennt ihr von Pflanzen vs. Zombies, diese Disco-Zombies, die kommen? Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das? Das ist der, Alter. Ja, aber das, die sehen schon Säcke. Ja, oh, das ist wirklich schwierig. Aber ich hab das Fledermaus Feature. Hab ich auch. Hast du nicht? Natürlich. Wo ist die? Hier. Der hat die schon gegessen. Ja, oh. Und dann bin ich ausgekackt und da bin ich ausgekackt. Hier ist die. Oh, hey Gott. Was? Ich hab gewonnen. Ich musste auch mal ein Close gehen, mal in den Kopf zeigen, Jan. Hast du? Ja, ich hab's drauf. Jetzt fehlt aber noch dein Watten. Erste Runde, Freunde. Hallo, verpiss dich. Weiter geht's. Ja, hallo Herrschaften. Das ist mein eigenes Witz. Ich muss mal kurz nachlesen. Bar-Bar-Ka-Nuri. Ne? Pass auf. Ihr habt es sicherlich früher, das war das Highlight eurer Kindheit und zwar, macht euch bereit. Darf ich einmal raten? Ein Versuch. War es das eine Serie gewesen? Ich sag nichts. Ash Ketchum. Drei, zwei, eins. Malz. Vegeta. Oh. Oh. Komm. Hallo. Was? Hallo. Es dauert nicht so lange. Oh shit. Oh, ich hab schon was gesehen. Jaaaaaaaaaaaaaaaa. Ich hab schon was gesehen. Das stimmt wirklich. Die Haare sind perfekt. Guck mal, wenn du sagst, mal Vegeta, Cengiz malt ja nur diesen Kopf von Vegeta. Das ist ja falsch. Das ist ja deine Entscheidung, ob du Vegeta hast. Ja, Vegeta hat ja einen Körper. Was? Da steht ja nicht mal den Kopf von Vegeta. Ja, ruf mal... Oh, was ist das? Du hast auch nur den Kopf gemalt. Ja, ich meine ja, das muss man ja mal definieren. Körper muss ja einen Pluspunkt geben. Vielleicht gibt die Community ja Bonuspunkte. Freunde. Kommt drauf an, ne? Oh mein Gott. Was ist das? Ja, die Muskeln. Ah doch, das war doch so ein Cyborg, oder? Ja. Das ist nicht schlecht. Und hier mein... That was easy. Hier mein Feature, Achtung. Ja, ja. Over 9000 Messgeräte. Ja, ne, dieses... Wie hieß das? Was? Das hier. Mit das Out... Ja. Ja, die messen die Stärke von... Ja, wie hieß das? Das hat den Namen. Cyberglas. Ja, dann such mal nach wie das heißt, dann blend den Namen davon jetzt hier ein. Okay. Schwierig, schwierig. Auch viele sagen hier einmal, ich hab solche Haare wie so ein Super-Styler-Gin. Das sollte mir auch Pluspunkte geben. Und zwar spielt nach vorne, Sinemopak. Kann man das rückwärts lesen? Capomies. So. Sagt... Ihr kennt ihn alle. Aus einer bekannten Serie. Und zwar... Malt mal... Bitte. Er heißt nicht Ash Ketchum. Malt mal bitte... Barney Stinson. Oh, 3, 2, 1, go! Oh, Time Masters schlecht diesmal. Boom! Meins ist doch scheiße. Meins besser, glaub ich. Django, ist deine Chance, diesmal André abzuhängen? Hab ich doch schon. Bisher noch nicht. Los! Hä, bist du dumm? Spiel doch. Hä, du hast Schere gemacht. Oh nein. Los. Habst du dumm? Hä, du hast Schere gemacht. Ja, was ist das denn? Ja, was? Aber jetzt spiel nochmal. Ja, das war ja so wie... Los! Ich hab's so gemacht. Das ist ja kein Spielen. Ja, ich hab die ganze Zeit so gemacht. Ja, okay. Schere, Stein, Paper. Und dann mach ich einfach so. Haha. Ja, los, jetzt spiel nochmal. Ja, gut, nochmal los. Ja, okay. 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 Okay, Freunde, hier. Oh, ne, ne, ne. Also der Körper, das kann ich ja noch durchgehen lassen. Das ist aber... Ohhhh. Stopp, ich hab schon Jengis da jetzt gesehen. Was hat er gemacht? Den Kopf. Es ist doch scheißegal. Ja, halt mal der Maul. Was? Ich weiß, um das gerade zu erklären. Halt mal der Maul. Und das Hauptmerkmal von Barney ist ja immer der Anzug, ne? Das ist richtig, aber... Ich hab'n Anzug. Vergesst das. Jengis, bitte. Die Frisur ist mir auf jeden Fall... Oh, doch. Die Augen. Perfekt. Ja, Augen oder Augen. Das sind zwei schwarze Punkte. Das sind zwei schwarze Punkte. Der hat solche Augen. Das sind zwei schwarze Punkte. Das sind zwei schwarze Punkte. Wo ist das denn perfekt? Parteiengriffe. Nein. Nein. Ne, ne. Gewandert. Hallo, ich hab'n Anzug. Okay, pass auf. André, Ruhe jetzt mal. Pass auf. Ich bin ja der Meinung, diese Runde ist relativ ausgeglichen noch. Ja, wie ist denn hier? Ja. Was? Die Community muss das entscheiden. Aber ich bin der Meinung, wir machen jetzt eine endgültige Alles-oder-Nichts-Runde. Die zählt wirklich alles. Die zählt alles. Weil ich bin mir nicht sicher. Ja, Jengis macht wieder nur den Kopf von diesen Leuten. Ja, ihr werdet es sehen. Das ist nämlich sehr special. Seid ihr bereit? Ist das eine kopflose Figur? Ist das eine kopflose Figur? Ich sage nicht. Kann ich gewinnen. Hä? Guck mal. Ja. Ich hätte bei diesem Kopf so ohne Leute. Hätte ich ja voll den Nachdruck. Ja, ich hab voll den Nachdruck. Was? Ist ja so. Okay, jetzt kommt epische Musik fürs Finale. Bitte stellt euch dementsprechend drauf ein. Seid ihr bereit? Alles-oder-Nichts? Mrs.Candy15600 sagt, malt mal den Hasen von Nesquik. Was? Düm-düm-dödödödöm-dödöd robbery. Drei, zwei, eins, go! DUDDÖDÖDÖDÖDÖÖÅ! Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Es ist alles oder nichts, Freunde? Alles oder nichts? Es ist wirklich alles oder nichts. Ja, Jengis hat einfach einen Hasen gemalt. Bitte Schildersteinpapier. Ja, auch bundesfalls hast du ihn gemalt. Ja, ich hab versucht, den Nesvig-Hasen zu malen, du hast einfach Nasen gemalt. Ja! Und? Ja, was? Die Community entscheidet. Oh Mann! Los! Los, los, los! Dann los, spiel! Ja! Du hast nichts gemacht! Ja, weil du das auch gemacht hast! Ja! Du hast... Ja! Gewonnen! Oh Mann, der sieht aus wie ein scheiß Affe, Mann! Oh Gott! Oh Kacke, Alter! Ja! Mein Leben! Oh fuck! Ich glaube, ich hab noch nie so viel gemacht! Du hast aber erst einfach einen Hasen gemalt! Zeig! Hier! Oh ja! Es ist ja auf jeden Fall besser! Er ist einfach ein Hasen! Ja, du hast einfach... Irgendeine Missgeburt gemalt! Ich hab dich gemalt! Ich hab dich gemalt! Ja, scheiße! Ja, guck mal, ich hab hier... Ja, das ist ein Hasen! Ja, das ist ein Hasen! Ja, das ist ein Hasen! Ja, jeder weiß wie ein Hasen aussieht, ne? Ey, du hast einen Hasen! Ja, was ist das heute für eine Runde? Ja, ja! Ich hab noch nie so viel gelacht und das ist ein Hasen! Ja, okay! Ich hab noch nie so viel gelacht! Ne, madre! Ne, ich kann hier nichts Geld, diese Biele! Das war's von der... Ich weiß gar nicht, was euch los war irgendwie komisch, weil... Lieg vor dem Wetter. Jenny... Probier ihn nicht! Probier ihn nicht! Auf Wiedersehen! Ciao! Das ist schon mal einfach ein Asen. Jeder weiß wie du das hast. Ja du anscheinend.